Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Heine, wer ist deines Erachtens wohl der beste Jodler der Welt? Für mich? Für uns alle? Ist der Franz Lang weiter fest. Und ich glaube, so lange, wie der jodeln kann, bleibt er der Beste. Ja, und den haben wir heute eingeladen. Unseren Franz Lang, den haben wir eingeladen. Einen Jodler höre gern, unser Jodlerkönig, Franz Lang. Einen Jodler höre ich gern, aus der Nähe und von der Ferne. Mit der Liebe im Herzen drin, singt in jede Sönderin. Darum zieh ich jedes Jahr in die Berge, das ist klar. Und ich sing mit frohem Sinn, weil ich dann in Urlaub bin. Und ich sing mit frohem Sinn, soll es dividen. So ein Jodler, der beleint, der bringt Stimmung und macht Freude. Wie ein hellerer Sonnenschein leuchtet er ins Herz hinein. Überall im Alpenland ist ein Jodler wohl bekannt. Immer wieder sing, 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 diese Jodler melodie. Wie ein hellerer Sonnenschein leuchtet er ins Herz hinein.